Was ist das? Nehmt keine Versuchskaninchen, nehmt Politiker. Schluss mit der Fick-Pandemie. Hau mal ein bisschen vor. Keine Angst vor Corona, sondern vor Politikern. Nie wieder Corona-Faschismus. Heute schauen sich die Nachrichtenformulierungen in Deutschland an. In vierten Stunden, die Tappen, wird der Blumenwurm hingemassen. Lieber mit den gleichen Ideen. Dieses Volk wird bei Ihnen hier aufzumiert. Wir lassen uns nicht verarschen. Unsere Regierung ist dann falsch. Wir lassen uns nicht verarschen. Ich möchte das nicht. Das ist ein vertraules Gespräch, das nein. Aber nicht, wenn er vertraulich mit den... Na gut, dann mache ich euch auch zu. Ja, aber das Trau hier ist doch, ob man mit welcher Aussage sich dafür verliegen soll, Paragraphen, Meinungsfreiheit in der Öffentlichkeit, die nicht gehört, und dann jemand sagen muss, ja, wenn das falsche Meinung ist, dann werden da Leute, die aus aller besten Institutionen verständlich waren, weil das Problem ist, das ist schon da. Deswegen frage ich lieber nach, bevor ich einfach sage, es wäre so. Deswegen frage ich. Sie wissen aber, wo sie heute mal... Ich bin der Versammlungsleiter, was ich sage, ist im Zweifel gesetzt, solange ich der Versammlungsleiter bin, damit ich euch schützen kann und so weiter. Sie halten in Rücksprache und sagen dann zu mir, Herr Rohde, jetzt kann es... Mein eigener Name kann ich nennen. Nein, wie gesagt, ich frage ja. Ihr wollt wirklich laufen? Ja, natürlich. Gabi, von daher, hast du noch eine andere Frage an mich? Hast du noch eine andere Frage an mich? Nein, ich habe nur den Antrag gestellt. Ich bin auf Rateposition, er sagt gleich go, oder er sagt gleich no go. Pass auf. Das habe ich euch eben erklärt. Das Problem ist aber. Und nicht zu dicht. Das sind ein Fahrttitel. Das sind ein Fahrttitel. Die können Sie nicht zur Seite schieben, oder was? Trotzdem bleibt man in der Ruhe. Nun. Findest du mal aus? Ich sage, er sagt, ihr werdet nicht gehen. Das habe ich Ihnen alles gesagt. Wir können auch gerne dazu zeigen, ob ich Ihnen was sagen möchte. Aber ich bin ja nicht betreut. Ich dachte nur, dass wir auf Mauern sagen werden. Aber wir bleiben dabei. Dann lachen wir beide. Wir sind uns einig, dass wir da einfach durchgehen. Auch oben können es halt gehen wir da durch. Aber Sie sagen, Sie können darauf beziehen, er hat eine Drücksprache. Genau. Sie halten Drücksprache seit 30 Jahren. Wir wollen das nicht. Wir wollen das nicht. Wir wollen nicht verstehen, wie ich kann zu vermeiden. Dann verstehe ich mich als Mensch. Dann gehen wir da oben raus. In Deutschland. Meidend Pause. Dann frei verstehe, was ich sage. Und Abstände einhalten für den ganzen Tag lang. Ähm. Wie spät? Wie spät? Wie spät? Um 3 Uhr. Alter ey. Wie spät? Wie spät? Wie spät? Wie spät? Wie spät? Wie spät? Die Hersteller sagen, dass ihre Masken nicht für den Boden schützen. Warum tragen die Masken? Eine neue Stanford-Studie.